Die Organisation Fanalytics hat Ende Februar eine Analyse veröffentlicht, die sich mit den Gründen dafür beschäftigt, warum Personen sich nicht mehr vegan oder vegetarisch ernähren. Die Analyse fasst die Antworten von 953 ehemaligen Vegetariern und 121 ehemaligen Veganern aus den USA und Kanada zusammen. Die gestellten Fragen bezogen sich insbesondere auf die Schwierigkeiten, die die Personen während ihrer vegan oder vegetarischen Ernährung hatten, den Hauptgrund, warum sich die Person nicht mehr vegan oder vegetarisch ernähren und was sie brauchen würden, um sich wieder vegan oder vegetarisch zu ernähren. Die Haupthindernisse für die Aufrechterhaltung der vegan oder vegetarischen Ernährung waren mit 47 Prozent Unzufriedenheit mit veganen Lebensmitteln in Bezug auf Kulinarik und Sättigung, mit 30 Prozent Probleme mit dem Gesundheitsmanagement, mit 25 Prozent Herausforderungen bei der Zugänglichkeit, mit 20 Prozent verlorene Motivation, mit 15 Prozent soziale Probleme und mit 10 Prozent finanzielle Probleme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017